schönen guten tag und herzlich willkommen zu einer weiteren folge der montage hotel tester befinden mich in manila in dem baymond hotel hier war ich schon mal dieses ein anderes zimmer und leider haben wir nicht aufgeräumt weil wir müssen jetzt das zimmer wahrscheinlich wegsehen weil die klimaanlage kaputt ist und mit ohne klimaanlage hält man das hier einfach nicht aus weil es ist einfach zu bauen ja war sehr schönes zimmer mit viel staubfläche wlan funktioniert einwandfrei mit sieben endgeräten guter großer fernseher das zimmer ist wirklich wunder wunderschön also mir gefällt es sehr großes bett tisch wasserhahn wasserkocher kaffee wasser alles da die toilette klein aber fein mit so spülgerät eine seife war dabei und shampoo eine dusche mit warmem wasser ich frage mich wozu man hier war wasser braucht also habe ich noch nie gebraucht in afriphilippinen aber na gut komfort ist komfort also wie gesagt mir gefällt dieses zimmer wirklich sehr sehr gut ich habe ja auch wunderschön geschlafen drinnen hier hat man noch feuerlöscher und harsttelefon grace ja soviel dazu wir werden jetzt das zimmer wegsehen und ich werde das neue zimmer ins visier nehmen dann alles gute und bis bald euer montagetester montagroutine tester ciao ciao und tschüss